Guten Morgen, dies ist Tag 21 meiner 21-Tages-Challenge zu Vitamin Grün und Du, Deine Beste Medizin. Aber glaubt nicht, dass dies die letzte Übung ist, die ich mache. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los, denn es hat saumäßig Spaß gemacht und mir geht es richtig gut. Die letzte Übung, die ich euch heute zeige, ist Aktiv Wechseln. Eine Atemübung, die man perfekt draußen machen kann, aber natürlich auch jederzeit drin. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.